Damit seid gegrüßt, meine Lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engel zu einem neuen Part Super Mario Party mit den Hund Trägern. War Luigi, Wario, Luigi und Mario das Brüder Team sozusagen. Ja, und hier muss ich euch mal was zeigen. Da habe ich nämlich schon das Warfling Abenteuer zu Ende geführt. Nämlich in dem Part, der jetzt hier eigentlich an dieser Stelle kommen sollte. Leider wurde die Aufnahme vergackt. Ja, die Technik hat irgendwie, ich muss es mal so erklären, also irgendwie hat die Kamera da solche Runkel reingezaubert, dass die Datei am Ende nicht lesbar war. Und, ja, wie auch immer, der Part, den ich ursprünglich aufgenommen hatte, mit dem Warfling Abenteuer, konnte ich leider nicht mehr nehmen. Ja, wir haben hier so normal und schwierig, als Option. Ja, ich mache jetzt nochmal die letzten beiden Flaggen, die ich jetzt natürlich schon erledigt habe. Die letzten beiden Flaggen mache ich jetzt nochmal für euch. und drehe das jetzt mal nach, als hätte ich das noch nicht erledigt, als wäre es noch nicht passiert, als wäre die letzten Aufnahme nicht kaputt gegangen. Na dann, auf geht's. Machen wir das Ganze nochmal. Ja, die Position der Leute ist jetzt natürlich ein bisschen anders, als in der... Ja, ich hätte es gerade wechseln können, ich weiß, aber die Positionen sind dieselben Leute, aber die Position, wie sie im Paddelboot sitzen, ist eine andere als in der Originalaufnahme. Aber gut, ihr habt es ja nie gesehen, die Originalaufnahme. So, dann wollen wir mal. Und los geht's. Jetzt ist nur ich links auf meiner Seite. Dann fahre ich mit Mario auf der östen Seite. So, links, die Wege müssen wir gehen. Und das zweite von links. Dann machen wir den Warmpaddelabschnitt. Dann können wir uns mal ein bisschen warm paddeln. Ich bin Waluigi ganz vorne. Schauen wir mal. Den Donkey Kong haben wir auch mit dazu bekommen. Das habe ich... Oh, jetzt bin ich hervorragend um das Spiel herumgepaddelt. Das bin ich ja schon hervorragend. Ich hoffe, die Aufnahme wird zumindest diesmal ein wenig besser. Also wird nicht so... Ja... Ist nicht so daneben, dass sie nicht brunzbar ist. Und da haben wir das Minispiel Quartett komplett. Okay, auf geht's. Start! Und dann merke ich mir mal die Karten. Und dann... Die dort. Ich merke mir die zwei übereinander liegen. Ich muss ja mal eine auswählen. Da hat sich nichts verändert. An der Lage. So. Sehr gut. Dann sind jetzt weniger Karten verleckt. Und ich merke mir wieder die zwei übereinander. Ich glaube, dass ich einen davon wählen kann. Ja... Nicht so spektakulär. Weil du hier nimmst die Karte. Du bekommst bis dann schon Bescheid. Ja... Und weiter geht's. Zwei Runden müssen wir glaube ich noch. Merkt ihr die Karte? Okay... Wird gemerkt. Das Herzchen. Oh, jetzt dreht sich das ganz im Kreis. Aber unten sind die. Hier, das sind die Herzen. Ja... Ganz richtig. Noch kein Fehler gemacht. Hervorragend. Eine Runde ist es glaube ich noch. Da sind nicht genug Karten da. Ja... Hier oben sind die zwei übereinander liegen. Ich packe sie mir ein. Jep. Und... Ja... Die in der Mitte. Ich nehme die. Und korrekt. Das war ja super. Im S-Rang, wenn man sie schafft. Aufragend. Es ragt hervon. Ein Klatschen und 43 Bonus Zeit. Und auch diesmal werde ich noch ein bisschen schneiden. Das ihr nicht... Alle Wege gehen... Sehen müsst, die wir schon gegangen sind. Das heißt... Ich werde mal... Uh! Nach rechts! So Mist. Ich werde mal nach rechts. Ja, das wäre das Richtige gewesen. Nun werde ich noch einen Ausschnitt. Von dem zeigen. Und was ich... Hier machen muss. Oh, das Spiel ist spannend. Das können wir machen. Na, was habe ich für eine Wahl? Das muss ich eh alle machen. Start! Oh! So... Luigi als erstes. Ich bin sogar als letztes dran. Na. Du musst den finalen Weg... Beweisen. Das Finale. Wario bringt die Bombe zu mir. Bomben! Und dann bin ich der Letzte. Das Finale. Oha. Ja, man sieht es, dass ich spiele. Das Kind kommen muss. So und rein damit. Das war doch super. Das war S-Rangreif. Ja, super. Und ein Klatschen. S-Rangreif. Ist der Advent. Der ist schon in der Nähe. Unruhig. Der ist dann in der Saal-Nieg. Der ist dann in der Saal-Nieg. Der ist dann in der Saal-Nieg. Der ist ja noch mit dem Saal-Nieg. Dann ist das für einen Saal-Nieg. Xu. Naja komm, ich mach nen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, zack und weiter wird gepaddelt. So und da kommt schon der entscheidende Weg, wir müssen nach links, nach links durch, nach links, nach links, den linken Weg müssen wir nehmen. Könnten auch alternativ den rechten Weg nehmen, das wär auch kein Problem, Cam war immer noch an, aber der nächste Weg ist vielleicht der bessere, um ans Ziel zu kommen. Wir nehmen jetzt erstmal auf dem Felsrampen Parkour diesen Weg, um auf das zweite von links zu kommen, das zweite von links wollen wir jetzt erreichen. So, auf die Zeit müssen wir nach achten, ein bisschen Bonus-Zeit einfach nehmen. So, für die Felsrampen nehmen. So, weiter. Verklappt's nicht, wir brauchen jede Zeit. Können wir aber die Nimmenspiele verpassen. Ähm, ja, und schon verpasst. Na komm. So, ein bisschen Zeitbonus. So, mein Spiel, na kommts. Hoch da. Na, das sieht nicht so weit aus. Wir sind Felsranken. Und rein da. Sehr gut. Wehe, 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 Seitenwind. Aha. Na, wehe, wehe, das klappt nicht. Wir müssen doch hier mal ein bisschen S-Rank abgreifen, um ein bisschen Bonus-Zeit abzubekommen. So, ein bisschen Seitenwind. Und ein paar Ballons abgreifen. Okay, das haben die Compis ein bisschen phänomenaler gemacht. So. Na, hat auch nicht ganz gereicht. Erste Runde für Rang B. So. Noch ist kein Rang B. Hm, weiter. Strengt euch an. Da haben wir Rang B. Ja, Rang S wäre ja mal ganz schön. Ein bisschen Zins. Nur 20 Sekunden. So, jetzt muss ich ja raus. Nach rechts. So, A-Rank haben wir schon mal. Na, kommt. Rang B. Ja. Ja, kommt. Alle. Neue Rang. Oh, 200. Wir haben sogar den Rang geknackt. Neuer Rang und der Luftballons. Sehr gut. Das ist ja profisum. Neuer Rang. Ja, neuer Rang. Aber wenigstens etwas Besonderes in diesem Part. Berecht schon, dass das eine Wiederholung ist. So und weiter weiter bald. Ich habe relativ wenig Bock auf diesen Part hier. Ja, da kann es zwar ein paar Homebomb dazu geben, denn ein bisschen, naja, wie du wisst wie es ist, ich muss den Part nochmal machen, das finde ich nicht gerade spitze. Es sieht ja auch nicht so toll aus, nur wie die Wege schon gemacht sind und ich das nur mal nachspiele. Ja, ist nicht optimal gelaufen, aber was kann man machen, was soll man tun. Die Technik einem alles versaut. So rein damit und den nächsten Runen, danke Luigi, dass du die Tür offen hältst. So rein damit, dann war es im S-Rank. Sehr gut. Für die Häheschaft und ein Klackchen. 43. Die Bonuszeit brauchen wir dringend. So, Zeitbonus. Und weil der wird gewaftet, bald nach links bitte. Ja, ich weiß, rechts wird auch kein ein zu großes Problem, aber links geht es auch noch schneller. Und da haben wir noch nicht gezeigte Regeln. Und Felder, die uns nach vorne werfen. Die Schmischkeitsfelder. So. Dann brauche ich euch gerade gleich eigentlich nur den, ach ja, ich sehe es gerade, ich habe in der Originalaufnahme den rechten Weg genommen. Dann muss ich euch gleich nur noch den letzten Weg, den finalen Weg zum letzten Ziel zeigen. Dann schneide ich euch das so zusammen. Ja? 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 Ich bekomme wir noch mal ein bisschen D raspeln auszuziehen? Ja? Naja kommt! Ja? No? Ja, Ende! Na hat es gereicht? Viel Halt? Au Pandora, scalp S. Du und er ruft ja jetzt. Feertigung! seven modus. Und dann ist das ein bis zum得en zu ziehen. So, noch eine Abbiegung, noch eine Abbiegung, noch eine Abbiegung, noch eine Noten, da kommt Leute. Das ist Kino gebacken. Noten. Wir können den Samen, da kommt, da kommt. Ach verdammt. Das war ein Verklackt. Schade. Das hätte wieder ein Bunt. Das ist mir nicht gut gebracht. Und hops. Und hoch da. Oh man. Leute, was ist denn heute los? Oh man, ich bin auch dran schuld. Nein, nein. Halt warte, ich bin nicht dran schuld. Die Kompens alleine sind dran schuld. Ich bin unschuldig. So. Da gehts abwärts und. Ja. So. Aber den Banonen. Nein. Nicht den Banonen. Schade. Na dann auch haben wir genug Zeit. Da kommt. Nach rechts. Und nach links. Nein, nein. Nach rechts wollen wir. Nach rechts wollen wir. Da wollen wir hin. Zu dem Weg hier. Den zweiten von links wollen wir machen. Den zweiten ab. Schnitt zeigt euch dann. Wie wir damit fertig sind. So die Finale. Gerade. An die. Ja. Jetzt bin ich hervorragend herumgeballt. Die Blooper. Und hier sind die Blooper unterwegs. Müssen wir den Blooper ausweichen. Sonst werden wir so festgesetzt. Kost von der Zeit. Hier muss man wirklich. Ja. Hier muss man eigentlich jedes Minispiel haben. Weil sonst hängt man zu lange fest. Na kommts Leute. Minispiel. Verpackt. So. Hier mal. Ok. Die Noten vergangen. Nicht in den Stuhl rein. So. Rechts. In links. Ach. Leute. So. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Sehr gut. Und wieder rechts halten. Damit wir da rüber schiffen können. Ha. Rüber schiffen. Genauso. Ach. Verdammt. Das sind böse Viecher. Up and Jump once. Fand ich schon immer nicht sehr beliebt. Das sind es nicht die tollesten. Oh. Ein riesen Duper. Oder was. Auha. Dann vorbei. Können wir glaube ich nicht. Schnell weg vom Megam Duper. Los fallen. Was das Zeug hält. Na komm. Keine Zeit. 33 32. Na kommt Leute. Zeit wird knapp. Ja. Ich bin nicht gekommen. Bonus. Zeitbonus. 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 Oh wei. Das wird knapp. 19 18. Da vorne ist das Ziel. Und da kommt. 19 18. Und da kommt. Und da kommt. Da kommt. Leute. Ich kann nicht nach rechts paddeln. 10 9. Sehr knapp. Mit 9 Sekunden Vorsprung. ein Ziel erreicht. Da haben wir das gemacht. Jetzt schneide ich euch dann gleich das letzte. Die letzte Ziel gerade rein. Ja den Weg haben wir ja schon gemacht. Ja ihr seht. Das habe ich alles schon. tut mir leid tut hoffentlich auch der Kamera leid so jetzt dann noch das letzte mal links sehen wir uns gleich wieder Jo, ein paar Partypunkte weiter gehts und los wird gepaddelt das Warmpaddeln im Warmpaddelabschnitt und dann gehts Richtung C gerade so schauts aus und da haben wir auch schon das erste Spiel was wir uns holen und zack bitte links 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 diesmal links diesmal nicht pumpbar Zeitbonus so wir können Zeit sammeln dass wir ins C kommen da hatten wir uns nämlich große Chipschips auf Springen in Serie heißt es ja von mir aus auch so so und mini-spiel 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 oder auch nicht wir brauchen die Zeit da kommt Noten einfangen da kommt weiter jetzt habe ich so ein bisschen verkackt so Mist aufs Turbobritt ok so kommt den letzten Weg tun wir jetzt nicht verkacken so 4500 Meter Meter so die paar Meter schaffen wir doch noch so fast vom Kipchip getroffen aber eben nur fast fast heißt eben nicht so da kommt fast nur 30 Sekunden so ein bisschen Zeit da sind wir dran vorbei oha wird rot wird knapp oha wir brauchen Zeit und das Ziel das Ziel ist dahinten kommt Zeit anfangen und nach rechts zum Bonus ab ins Ziel da kommt da kommt da kommt vor 16 Sekunden Ziel erreicht damit hätten wir alle Wege gezeigt damit hätten wir es wieder damit hätten wir das Juwel bekommen Juwel erreicht ich schau mal ob ich euch diesen Ausschnitt noch rekonstruieren kann ich glaube dieser eine Ausschnitt war ganz hell der ging noch vielleicht kriege ich den hier mit reingeschnitten die Bereicherung des Juwels wird jetzt hier leider nicht gepraktiziert weil die haben wir ja schon hervorragend da gibt es das Juwel für die Paddelfahrt für Waluigi für das Warftabenteuer du hast beim Warftabenteuer eine Routine erkundet so was erlebt man nicht alle Tage was man braucht viel Mut um jeden der Flussarme zu erkunden ohne zu wissen wohin die Reisende der Reisende reizende Strom enttragen wird um den erfolgreichen Abschluss einer Reise voller Gefahren zu würdigen bekommst du dieses Mut Juwel Mut Juwel erhalten sehr gut da war es noch eines dir fehlt nur noch ein einziges Juwel du bist ganz kurz vor dem großen Ziel Glückwunsch du bist ganz groß vor dem großen Ziel ganz kurz vor dem großen Ziel Na Spitze du bist zum Ende geschafft Glückwunsch du hast das Mut Juwel erhalten und das Fragezeichen das steht wofür jetzt verfügbar schwierig äh danke aber nein danke oh ihr seht es ist mittlerweile sogar Nacht geworden Nacht in der Party hm joa Minispiele freischalten so schauts aus Donkey Kong aha öh achso nein ein andermal Donkey Kong wir nehmen dich später mit Donkey Kong ist jetzt bereit für die Party die Party ähm ja dann nehmen wir dich halt mit ähm alles klar haben wir den schon freigeschaltet oder ist der jetzt neu mit dabei ja gut dann geht du halt Mario und das nicht weg Donkey Kong ist mit angebucht Koopas alles klärchen wunderbärchen dann schauen wir mal im nächsten Part wie wir hier weitermachen können es ist schon tiefe Nacht das heißt wir müssen hier mal zu Ende kommen ja schauen wir im nächsten Part weiter was hier noch gibt ein Juwel braucht man noch irgendwas steht noch aus und was müssen wir ein paar Minispiele machen ein paar Parts voll mit Minispielen klatschen mal schauen wie wir dort hinten weiter kommen naja wirds schon irgendwie gehen wirds schon irgendwie gehen naja Dämmchen nach oben und solls euch gefallen haben dann lasst ein Abo da wenn ihr neu seid man sieht sich im nächsten Part von Super Mario Party wieder ja Donkey Kong gehen schon bis dahin habt ihr eine fürstliche angenehme Zeit man sieht sich tschau tschau ja doch möchte ich Sie können bei uns ihr BRK Ou